Das ist also... So... Ah, so müssen wir das... Äh, ne... Achsen invertieren wir nicht. Das ist Müll. Äh, ich will einfach mal überlegen, wenn ich schlecht reden darf, warum ich auch über die Toten... Ja, find ich gut. So... Warte auch auf mal, Alice. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern... eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt. Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwererlos. Eine Schiffre. Entspann dich. Feier. Ich bin in der Höhne. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Feuer. Sargent, das Männchen hat schweres Verbrennen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Abvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice. Wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Was war's nicht? Stimmt? Oh nein. Oh nein. Oh das nicht. Oh nein. Das nicht. Das nicht. Ein Schmerz. Verderben. Es bringt mich um. Das Wunderland ist zerstört. Mein Verstand eine Ruine. Vergiss, Alice. Verdränge diesen Verstand der Wache. Sehr geile Wein vorstellen. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja. Das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich? Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein? Gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen. Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Seelen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie. Dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte. Die Familie, die keine war. Nie eine war. Du bist die Frau. Das ist ja wohl seltsam mit Therapie. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Trag Liebestöter. Äh... Könnte ein Föber erzählen? Kannst schon noch irgendwas ausräumen. Video... Äh... Kann ich eine Formation, könnte ich noch irgendwas ausräumen. Video... Ähh... Könnte ich... Ähh... Ähh... Ah... Drei... 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 An... Nein. Also... Also... Nein. Äh, ich... Kinder-Tagen... ...als ich mich für die Kinder-Tagen selbst vorstelle. Sei schon klar, was in meinem Geist vorgeht. Was ist denn? Wo ist die Tür? Tu doch was! Irgendwas! Ah! Äh... Ja, das wäre interessant. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Äh, ja... Wissen, was dein Fall ist. So, äh... Ja... Noch irgendwo was. Äh... Ich bin auch schön in der Ego-Kamera. Was wollt ihr denn für ein Mio? So... Vergold ist wieder Doktorzeit? Ich hab mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Äh... So... Home safe home. Äh... Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben in einem... In einer Vergangenheit, die sie benutzt haben. In meiner Vergangenheit ging Flamm... Flamm auf. Interessant. Das ist ein Schwader. Sonst noch irgendwas interessantes. Oh... Illustri... 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 New... Stell den... Unersättlichen Appetit auf die... Heusliche Höhle... Strikhauser... Feuer und Streichhäus... Verrückt. Sechs Mädchen vermisst, was... Wäre vorhersehbar. Die Welt ist ein Wahn. Sorschau, sind alle verrückt. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Weise. Das ist doch bestimmt ein Irrenhaus. Ähm, es würde meiner Familie kommen, per Post, keine Nachrichten, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für das andere Stück, aber ich würde meinen Absender gerne danken. Ah, so weiter, kennst du dich nicht. Ich bin so vieler, also das hat man. Ja, da sind Schachfiguren. Ja, da sind Schachfiguren. So, da geht's. So, haben wir hier noch irgendwas? So, das ist doch so aus. Und das? Das Selbstbewusstsein ist doch doch so gut eingefangen. Das Bibel, gekleidet, ruhige Haltung, knapp an klassischer Schönheit, vorbeigeschrammt. Der Künstler wohl angeht, wie er seine Nase zu zählen hat. Doch, doch, in die vielen Kinder. Ja. Ich bin ein Pippenhaus. So, jetzt gehen wir mal. Später, in einem anderen Traum, vielleicht. Aber, die von ihren Träumen. Hö. Dieses Gepuddel ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, arbeit's ja edel. Hier kannst du nicht durch, Mäuschen. Die Außenrum. Der Lärm ist so dicht, man könnte ein Haus draufbauen. Und wenn ich jemals falsch bin. Und wenn ich jemals falsch bin, dann guck mal. Und wenn ich jemals falsch bin, dann guck mal. Wo ist Ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Der Sandmann kommt im Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht, mit Sternennarben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ja, ist schon klar. Bisschen, oder? Schachteln. Schachteln. Schiert, wursch. Nee. Schief ab, Missy. Aber flott. Gut. Schief ab, Missy. Ich kann mir Käse nicht mehr leisten. Ich meinte, Sie liefen. Ich wollte mich fragen, wo schon der Nähe ist. Beisch rum. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Äh. Scheiße. Zeit, 10. Ich kann dich schon fürs übergeschnappt sein einburten. Okay, dann gehe ich mal. Und verfolge meine Wahnvorstellungen. Wo ist diese Katze jetzt hin? Ich will wissen, dass sie letztendlich sterben. Trotzdem Schmerz ist die Verrissen. Ja, zuzusehen. Ja. Äh. Achso, ein Pferdekoffel. Oh, Fleisch oder Elf. Gessen. Lust auf den richtigen Job? Kein Winnelnwechsel. Hm? Besser als wie sich aufhapen von vier Waisenkind. Könntest du ihn glücklich machen? Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Entschuldigen, Sir. Sif-Köp ist es. Ah, ja. Das ist für eine Mietzie. Okay. Dann verfiss dich doch. Ah, wir sehen dich. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Oh mein Gott. Wo sind auch Flöhe zur Gösin? Ja. Okay. Oh. Did you see go, insie? Jau. Und du? Tief-Fan. Was ist so? Ja. Was ist so? Was ist so? Okay. Ja. Wie ist es? Oh. 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 Oh, oh. Jetzt wollen wir meine Halluzinien-Tür Heiliger Bim Bam Alice Liddle Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless Welch ein Glück Schon zum zweiten Mal Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an Hübsche Vögelchen, so wie du Nein, lieber nicht Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist Immer noch verrückt Was Wunder Die ganze Sippe geröstet wie Maronen Vor den eigenen Augen Zehn Jahre in Rutledge Und das alles für die Katz Dr. Bambi schafft's auch nicht Triebelt an den immer gleichen Fragen rum Das Feuer Ihre Erinnerung Ich kann's nicht mehr hören Ich verdiene Anerkennung oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt? Ihr einen Platz bei Bambi verschärft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse? Ihren Kindern verkaufen? Aber sie mag meine Täubchen Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so Aber was ich weiß, ist viel mehr wert Hab sie schließlich nicht verraten Hab sie sagen hören Alle meinetwegen gestorben Ich konnte euch nicht retten Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen Echt günstig Bin guter Mensch, ehrlich Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure Oder diese Anwalt Redcliffe Der ihr das blöde Karnickel wegnahm Brauch Kohle Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag Wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut Sie kreischt und spielt total verrückt Vergisst den eigenen Namen manchmal Hab ich gehört Ach was, ich hab meine eigenen Eltern abgefackelt Das ist das, was noch verrückt ist Nein, schauen wir uns erstmal Was, ein Knast ist mir ein Kiepisch Was, hat diese Vögel nicht zu stören scheint Ja So, äh, wo geht's weiter auch hier? Äh, linktaste Alles voller Rau Sehr schön Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst Brauch was zu trinken Muss mit einem die Kehle gefeuchten Oh mein Gott Geh jetzt Geh jetzt, hab ich hier auf den Bord rum Hübsche Fischchen, so wie du Geh ins Wunderland Hat ihre Familie nicht zu mir getragen Ich muss Vergehen Eheh, nein gut Geh, nein Hey, ich bin im Wunderland. Wahnvorstellungen haben gesiegt, so wie es sein soll. Sehr aufreibende Reise, aber ich bin prisslos oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Wurde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffe, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Wir sind hier in Gefahr. Wir sind hier in Gefahr. Und ich kann mich selbst machen. Ich bin schnell. Ich sehe auch hier. Ich bin jetzt mal. Du bist ein halber Frosch, Alice, so wie du springen kannst. Das klingt niks, ich weiß nicht, dass ich ein Wegekwader bin. Ah ja, jetzt machen wir erstmal hier ein Tutorial. Gut. Ach, der Busch. Ah, der Busch. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame! Oh nein! Zum Reicht. Ja, so schön. Ja, bist du da? Ambulin. Ah ja. Dann sind wir noch derzeit, bevor es aussehen. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Ah ja, da geht es dann garantiert irgendwie weiter. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oh oh und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem Großen selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie im Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Wasche. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Baum. Nein. Eh. Oh, Schrumpfsinn ist gar nicht sch... Ah ja, ich bin einfach... Das war's. Mein Linker Brambo ist letztlich nicht. das ist mein Problem ah ja ich bin besurfen das ist mein Problem das ist mein Problem wo war mein durchgang ist irgendwann mal den controller nehmen mein linker schulter das scheint nicht mehr richtig zu funktionieren ich suche mir erst mal einen neuen controller, kurz, gehe gleich weiter jetzt hoffe ich mal dass bei dem der schulter ist das wäre leichter aber meine schultertasten schultert also noch schlechter was denn jetzt löst äh probieren wir mal den anderen entweder funktionierende schultertasten ist richtig oder das ist was anders ach 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 schrumpfen mal nach dem wasser holen und füßen wird es langsam ja gesehen hier vorne gibt es irgendwo ein messer das ist richtig interpretieren nichts im leben macht mir so viel spaß wie die große rutsche im highpark Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin Alice ah das ist doch ein Spritchen da könntest du bestimmt immer das abfacken so groß wie der fettfleck ist die Linke das ne da meine Erzlung ist abgestochen die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu diensten hey ich hab Küchenmesser ich bin nicht hierhin zurückgekommen um zu kämpfen wirklich bedauerlich ein Kampf erwartet dich sicher fliehen oder kämpfen ständig müssen wir uns entscheiden aber fliehen bedeutet oft nur das kämpfen aufzuschieben kämpfe wenn du gewinnen kannst Alice ah ja jetzt könntest du ach ja jetzt könntest du die ach ich geh jetzt schon auf der Rutsche wahrscheinlich zerstören ja gut ja gut einsammeln was geht jetzt ist das kleine Alice noch irgendwas aber jetzt ist das jetzt steht Schleipfatz. Es liegt eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Ah ja, R, B. Aus irgendeinem Grund funktioniert die linke Taste nicht so gut. Die echte Taste funktioniert scheinbar besser. Drum auch immer. Äh, ja. Nein. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht. Er ist Sklave seiner Erinnerungen. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ich bin sicher. Er ist ein wenig. Er ist nicht, genau das nicht. Er hat gut gegründet. Er hat auch geklärt. Die Lärd ist jetzt nicht mehr... Ah! Alter... Ah ja... Ah! So, Alter... Es ist auf mein App. Tio was? Aha! Was ist das? Ok, keine Ahnung was die Fläche ist. Aber ich habe etwas gefunden. Wenn ich das richtig interpretiere, Schweine nahe sind alle. Ich muss schon auch wissen, was die Flaschen sind. Das wäre dann tatsächlich hilfreich. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffere ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, ähm, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Nichts. Okay, ich nehme den Müll. Pfeffermühle. Ich nehme den Schnauze nach. 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 Es reicht nicht. Man muss die Schnauze nach. Ja. Gut, dann haben wir ein Maschinengewehr. Ah, Strauß. Oh, Hitz. Lass mich rein. Scheiße. Lass mich rein. Ah ja. Okay. Schilligun. Mein ganzes Geld. Ah. Jetzt gibt es Ego-Modus. Ego ist Passport. Vielleicht ist es schon mal zu sehen. Was ist es? 2 Was ist das? ich gehe mal zurück in der eröffnung das ist ja besten dank für die schnauze und jetzt gehen ja mit Wo fliegt das dämliche Vieh hin? Ah ne! Da macht man ja irgendwas frei. Wow, das ist voll auch frei. 2 Das war's für heute. Super aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Scheißvieh. Die Kälbchen und die Kälbchen. Ah ja, war doch schnötzen zu. Zu was meine. Was vorbeugt sind schon da los. Flashe, ich finde auch schon keine Ahnung, was er will, bedeutet. Äh, Flashe. Flashe! Flashe. Ah. Ah. Zuhu. Da ist es. Ah. Da ist es auch immer. Ähm. Moment, was ist denn? Es ist... Oben, was. Was über die andere Seite ist. Äh. Wir sind schon wahrscheinlich einstrengbar hier rüber zu spüren. Okay. Das könnte jetzt ein Bild bleiben. Pfff. Er... Ehh. Eine, die... Linha. Ja, das ist wichtig. Ah, Moment, ich hab grad was gesehen. Ah ne, ich hab nix gesehen, getäuscht. Will ich für umsonst gesprungen. Scheiße. Und heil. Es ist zu weit, mache ich rüber. Ah, ein bisschen Geld. Ja, ich hab nix. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Ich mache die passagen nicht. Da ist er jetzt geknallt, scheint schön zum Wasser zu sein. Da ist er. Oh, das ist ein Spike. Da ist Schleim. Da ist Schleim. Ehhh... Ah, daug! Schau mal mit mir, was ich kann. Ah ja, ich hab das hier schon. Ja. Hey, der ist nicht vor allem selben. Ups. Äh, jetzt ist ja auch schon mal schon eine Scheiße. Wissen Sie, ich weiß nicht, dass du dich zu spät. Ich hab dich zu spät. Ja, ich hab dich zu spät. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich habe dich zu spät. Es ist schön. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkröten-Suppe-Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Das ist ein Schildkröten. Schau, schau. Schau. Schau, schau. Schau, schau, schau. Da, 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 da. Ich sehe was, dass du das Zeilen eben öffnet hast, dass du das Ding ich sammle die Eisenpreiser und die Beisenbärlinge auszuschieben. Meine Freunde könnten die Branche nicht gebrauchen und die Beine sind. Ah ja. 150 natürlich. Ja, natürlich. Stufe 2. Ja. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Zehn haben sie doch gerade wieder gebetet. Mein Film ist klar. Fertigslösische. Fertiglade mit einer Schreuzung. Oh ja, das ist natürlich. Ich muss Watchmen. Das ist ein guter Wartel. Das ist ein guter Wartel. Das ist Wartel. Das ist ein guter Wartel. Oh mein Gott. So, hier geht's mal. Puh, das war knapp. Scheiß, Schleim. Das ist wunderbar, dass sie eingestürzt wurden. Das geht jetzt etwas zum Gutmacher, wenn ich den ganzen Weg kann. Das geht jetzt nicht so gut. Das ist also nicht ganz so hässlich wie die komischen Schleimhaufen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.